Ja, das ist alles nur so. Wir müssen in ein anderes Gebiet zum Level. Ich bin ganz hier auf der Seite. Wir sind lange da. Kommen wir hier in Room 109. Das weiß ich gar nicht, dass jemand hier am besten rüberkommt. Ja, hier ist es gut. Was ist denn jetzt los? Hallo? Oh, Spähbild. So. So. Dann halt so. Steck einfach mal im Felsen fest. Und geht ja nicht in Willen. Und hier geht es einfach. Ich sah so aus, als wäre es im Kip. Ja, hier geht es schnell. Das ist die Arena. Das dachte ich schon. Es gibt noch eine feste. Das ist die Arena. Aber dann. Mit dem King hier jetzt sehr schnell die Gegner. Es sind mehr Action. Wir können viel besser fahren. Das ist die Arena. Das ist die Arena. Das ist die Arena. Ich bin immer am Morgen am Viertesten. Ich lasse mich wieder ändern. Aber es ist schwer. Wenn ich mit Fußball und so. dann sollte ich immer früher ins Bett gehen, wenn ich den ganzen Tag fit bin. Ich kann so schlecht einschlafen, wenn ich nicht mit mir bin. Ist gar nicht das so. Wenn ich nicht ganz erschöpft bin, kann ich nicht einschlafen. Wenn ich nicht ganz erschöpft bin, kann ich nicht einschlafen. Ja, ja. Graterberg. So sieht die Insel eigentlich recht gross aus. Sieht halt auch nicht weit, aber... Sie ist so klein. Ich mag das nicht. Krötchenberg. Das sind riesige Steinkollens. Ich möchte aber große Tür. Irgendwie verstehe ich den Berg nicht mehr. Da sind so viele Auskörperungen und so rings um diese Auskörperungen. Wir gehen mal hier durch. Hier gibt es sicher noch. Gesteine. Rockstar Games will GTA 5 immer noch nicht rausbringen. Auf dem PC. Auf dem PC. Alles geil. Viel bessere... Die Spieler bleiben länger. Mit den Mods und so. Und... Es ist nicht alles so... Es sind nicht alles so Noobs, die zwölfjährig sind oder so. Drauf... So recht gut. Weil sie halt kein Geld haben, diese Noobs. Nein. Nein. Es ist einfach... Auf dem PC ist ein viel bessere... Ähm... Ding. Umgebung und so. Ich würde ja gerne Konsolen spielen, aber... Ja... Für mich ist es einfach ein bisschen zu low. Und dann eben diese blöde Werbung, die man nicht ausstellen kann. Man kann das Internet nicht beeinflussen. Die Systemleistung kann man auch nicht beeinflussen. Und da ist möglich. Alles ist irgendwie limitiert. Zu verwöhnt. Zu verwöhnt. Zu verwöhnt. Um Konsolen zu spielen. Pizz is vegano! Ich mag diese... Ah, nur mal kurz. Irgendwie hat Flapsiddy Probleme. Das ging es doch so gut in Minecraft. Also eben... Wo waren wir? Jetzt weiß ich es nicht. Ich glaube wegen den... Shit. Na komm mal noch. Das Temp... Passt jetzt nicht zu hier hin. Ähm... Wegen den... Wegen den... Limitierungen... Äh... Zum Beispiel die Autos sind extrem limitiert. Man findet... Manchmal, wie ich sehe, so... Bei Let's Play und so... Man findet meistens keine Autos. Man muss extrem lange warten. Vor allem auf dem Land draußen. Und so das liegt an der RAM. Weil die RAM halt einfach extrem was von nichts kann auf der Xbox 360 und Playstation 3. Und... Und... Ja... Es wird dann in der Phase hoffentlich viel besser sein, sonst kommen wir uns hoffentlich dann reinmucken. Ja... Ähm... Hier sind ja die... Morgs werden die nicht eine bessere Option. Okay... Hier sind die Trollen... Keine Orks? Wo sind die Orks hin? Da... Der ist schon weiss. Okay... Das sind aber die auch... Da finde ich nicht auch schon weiss. Soll ich denn sonst nehmen? Gibt es hier leichte... Sehr leichte Gegenden. Hier der Christen dabei ist sehr einfach. Okay... Das brauche ich nicht. So ein bisschen blödler mit 540 zu sein. Okay... Schauen wir mal. Sonst müssen wir ja die Wölfe bei Wölfe töten. Aber die sind auch weiss. Mist. Die sind einfach. Die sind sehr einfach. Die sind sehr einfach. Hm. Ja... Ist leider wenig hier. Wir könnten... Am... Miststrand... Farmen. Fels... Brauche ich nicht. Blöde Felsen und Gestein. Leider habe ich hier noch nicht die Quest gemacht. Und weiß ich jetzt nicht genau wo... Die Gegner... Sehr einfach sind. Aber... Die werden wir hoffentlich bald finden. Aber ich denke einfach vom Strand. Nein, nicht die Einzigen. Und erhiel ich mich doch. Ich sprach einfach Gegner. Weil der Barbar sehr schnell geht. Weil ich oft viele gehen. Spät ist es dann leichter. Ich brauche nicht so leicht. Ich brauche nicht so leicht. Und es leckt schon Glieder. Ich verstehe das nicht. Ich brauche dich durch Frebs Sekundenzustand. Genau. Nein. Kann der Fritz hin curry? Ich brauche Systemleistung! Darauf ist doch ein ganzes Netzwerk. Wir werden doch die Antennaufnahmesysteme besser. Oh nein! Oh, das muss ich locken. Das muss ich schlecht aufnehmen und den Sound kaputt machen. Wie ist das? So, hier können wir es einfach. Wenn die einfach sind, könnten wir eigentlich mit Punkten schützen. Aber dann sind sie wieder sehr schwer. Hm, ich weiss ja nicht. Wir fangen mal hier an. Gehen wir dann irgendwie weiter. Rechts. Das Elite-Akontis. Fangen wir hier an. Boah, braucht das lange zu. Alles aktivieren. Die Tema muss viel mehr dämlich sein. Die Tema muss viel mehr dämlich. So ist doch viel besser. So ist doch viel besser. Aber keine Heizungs. Was? Hey, macht das nicht Spaß? Entschuldigung. Da braucht es viel. In 40 Sekunden. Da braucht es noch mal kurz... ...und wenn wir hier in 42 Prozent mehr dämlich sind. Schon recht gut. Das ist ein Zuitreiz. Ja, bringt sehr viel. Bringt noch weniger. Dämlich. Der Baba ist also so gut, weil er so viele Buffs hat. Es fehlt dem Bogenschützen, also dem Schützen extrem. Das heisst auch wenn die immer so faul sind zum sich buffen, damit die gegnerischen Barbaren auch sehr leicht sind. Abhalt, viel aushalten.